Ja Leute, was geht ab? Freut mich, dass ihr dabei seht. Wir haben heute das letzte richtig harte Training vom Wettkampf. Wir haben jetzt auch ungefähr eine Woche, acht Tage, um genau zu sein. Das heißt, nächste Woche machen wir dann Entwässern und generell probieren wir den Stress ein bisschen zu reduzieren. Wir machen nur noch halt End- und Auflade-Training. Deswegen heute, wie gesagt, das letzte harte Training. Dann auch noch Schultern, Arme, meine Schlafstelle sozusagen. Das heißt, heute werden wir auf jeden Fall nochmal richtig knallen. Ja, die letzten Wochen, ey, die waren echt auf jeden Fall nochmal deutlich anstrengender als die davor. Ich wurde von meinem Coach, der hat mir nochmal ein bisschen in den Ausblick getreten. Wir haben jetzt jeden Tag eigentlich zwei Mal am Tag Cardio gemacht. Morgens und abends, also am Abend morgens, auf Nüchtern im Wagen dann noch nach dem Training. So eineinhalb Stunden jeweils. Ja, war auf jeden Fall krass. Meine Beine sind die ganze Zeit übergefegt. Aber ich weiß halt auch, wofür ich das Ganze mache. Ja, wir nehmen auf jeden Fall nochmal mit und wir fangen jetzt direkt mal an. Die Schlafstelle Ja, law auf jeden Fall. Ja, das ist La Carrerei. Ja, wofür ich Ja, diese nächste Zeit wieder Remove. Ja, wir werden auf jeden Fall schröt, rat din . Ladies, I'm acting Starting to be in the cast Ladies, I'm acting Last one Ladies, I'm acting Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.